willkommen zurück zu uncharted weiter geht's mit ja was soll ich sagen uncharted eben tricks schicksal der erste teil wir müssen den schatz finden und uns dann erst zum staub machen das soll angeblich in der bibliothek sein okay hier gibt es einen engel einen adler einen einhorn fliegendes oder wie und noch was komisches da steht welche himmelsrichtung okay das heißt norden ist der engel osten ist schon der adler okay im süden ist luke skywalker das ist das pony einhorn ich blüge das reittier und im westen ist dann der adler eben okay das heißt es geht in der reihenfolge ich verstehe nicht ganz denn ich weiß nicht wo welche himmelsrichtung liegt aber okay das liegt hier unten auch schönes eine granate wie sie aussieht sehr schön ich habe da ja vorher verballert munition aufstocken kann nicht schaden welche pistole habe ich das noch eine granate noch eine granate und die m4 nehmt über die m4 weil ich meine ja die schrottflinte ist vielleicht nicht schlecht im nahkampf er geht auch aber das heißt okay jetzt habe ich die granaten voll was kann ich da nicht machen ich denke wie okay ich kann sie drehen da ist ach so nie ohne sei verwaschen ach so ach so ich verstehe schon ich verstehe also nach süden ist die richtung und das ist jetzt was das ist jetzt dieser komische wie schaust du aus der löwe ich habe das ist der mark der oder wie was steht da steht der mark nach westen kannst du und westen was was heißt n north east west south hat der hell ist das für ein kompass warte mal da ist n es wie aber da ist kein w what the hell was soll das heißen okay du bist dieser komische adler der adler ist john der john muss nach osten schauen und kosten ist jetzt nehme ich mal an oder ok was ist das jetzt dass der engel der muss nach norden schauen oder glaube ich kann ich will da ich will da nach unten schauen einfach nur nach norden ist auch so weg ok ok und was jetzt da mit dem da drüben sein soll weiß ich jetzt nicht ok das ist was ist das für eine kuh bitte fliegende kuh mit flügeln oder soll das sein oder stier luke war kurz was was war mit luke luke schaut nach süden ok und süd ist da drüben da nach oben nach einer falsche richtung genau noch mal weiter so so ja das war mein gott ich bin ein genie weiter hier was habe ich genug schuss 36 ist nicht allzu viel da kann ich noch mal kurz schauen ob vielleicht noch was rum liegt hier und das war die schrotflinte die bei euch nicht wo ist die leiter nach oben oder hier in der mitte hier war noch nicht sonderlich will ich ging auch gott ich will die leiter wo ist die leiter leiter da kam schon wo waren die jetzt hallo oder kann ich nicht mehr auf jetzt alle vorne war sie ok ich verstehe nochmal kurz drauf ich muss hier noch kurz nämlich was schauen habt keine angst ok da gibt es nichts aber da vorne waren sicher noch welche mit der m4 nein die ganzen gleichen und der loot ist weg oder wie darf ich das verstehen ja ok habt ihr mich überredet dann gehen wir halt weiter wo war jetzt das ah da so schauen wir mal was da auf uns wartet hoffentlich reicht die munition aus aber von der logik her rein von der logik her dürfte hier ja gar keiner sein außer ich das heißt maximal von hinten wird uns der weg abgeschnitten noch eine bibliothek jetzt legen wir alles in brand ich weiß nicht warte mal was ist das schönes Moment das kenne ich doch ähm es macht warte mal ok da die umgekehrte flamme weist ins land der toten aha ok das zeigt jetzt nach unten und das müssen wir auch noch unten anscheinend ok ok das geht schon ich dachte schon das hat nicht funktioniert oder so perfekt weiter so mein guter drake du hast es ordentlich drauf hey lass mal sehen Eigelob stinkt lust ok ihr zwei bleibt hier ich werde mich mal umsehen oh nein du gehst da nicht alleine runter ja hier wimmelst nur so von Romans Leuten ja und einer alleine ist viel leiser als drei ich komm schon klar und ihr seid hier sicher diesen raum kennen sie nicht mal hoffentlich ok nimm das mit lass es auf kanal 13 den benutzen sie nicht und sprich mit uns ok geht klar mach das ding wieder zu ja nate krieg ich einen kuss na klar gib mir ein küsschen ach verdammt da ah self und uuuh ok ok land der toten in den untergrund kapitel 14 ok interessant und wo geht es hier weiter hm Aber es würde mich echt wundern, wenn hier Gegner sind, weil ich meine, wo sollen die herkommen? Oh nein, da oben sind dann Gegner, weil da oben, das weiß ich, weil da oben steht eine Waffe. Das heißt, aber wie soll ich da jetzt rüberkommen? Ich glaube, ich muss da einfach mal in diese Richtung weiter. So, und zack. Nein, weiter, komm schon. Wow. Komm schon, weiter, komm schon, du schaffst es. Vielleicht haben wir es geschafft. Einmal noch, genau. So. Wow, was sag ich? Oh Gott. Das ist der gefährlichste eigentlich, der komische da. Komm schon, wie viel? Oh oh. Komm schon. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank kann der dann nichts. Nein. Komm schon ins Gesicht. Und jetzt wird es schnell wieder verstecken. Nein, 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 nein. Sehr schön. Sehr schön. Nein, das kann nicht nützlich sein. Die Waffe ist... Die Waffe ist kage, Alter. So, aber hier geht es weiter. Aber ich habe Angst. Einfach da rauf? Einfach so? Wart mal. Ist da irgendwie eine Versch... Nein, da geht es nicht weiter. Ach Gott. Was ist hier schönes? Munition für die Pistole. Was ist da? Nichts. Kann man irgendwie... Ah, da ist was. Ich verstehe. Komm, aufmachen hier. Zack. Sehr schön. Und wie ich das spiele. Kenne geht das Türtel hinter mir zu, oder wie? Oder nicht? Okay, es bleibt sogar offen. Oh, Vorsicht hier. Oh, Alter. Wo schieße ich jetzt die... Ich will keine Granate. Alter. Stirb. Shit, das war nicht weit genug. Oh, oh. Oh, oh. Wer ist gleich da? Wow. Wow, Knatter nehmen wir uns auch vorbei. So. Oh, das war nicht falsch, eigentlich. Hahaha. Ich habe sogar einen erwischt. Nein, ich hätte mir mal zu lange oben fett. Verdammt. Gott, das hat nicht gebracht. Okay. Oh, oh. Nein, nicht Feuer. Lass mich hier in Frieden. Wow, das ist zu gefährlich. Okay. Okay. Wow. Wow. Nein, endlich. Was? Wie viel... Oh, oh. Ich sollte das lieber lassen. Wow. Na, endlich. Wow. Jetzt geht's los. Ah, verdammt. Du bist tot. Wow. Alter. Was ist da Schönes? Ein Präsent für mich. Komm, Rafe. Wow, jetzt hat er sich nochmal weggezogen. Ach, so eine Sackrate. Puh, wo sind da noch Gegner? Ich sehe keine mehr. Oh, da ist noch wer. What? Okay, aber ich sehe ihn nicht. Ah, da ist er. Na, komm schon. Alter, wie viel der aushält. Aber jetzt ist er weg. Weg vom Fenster. Sehr schön. So. Munition wieder einsammeln und dann geht's auch weiter. Aber ich finde gerade keine Munition. Ah, da vorne. Oder? Nein. What the hell? Da ist was. Ich habe eine neue Pistole. Oder Munition dafür zumindest. Sehr schön. Und da. Nein, die Magen. Ah, okay. Dann nehmen wir die halt mal. Wow. Nein, 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 nein. Ach, komm. Was soll das? Ich wusste es. Die Stoßfläte sind einfach kag... Nein, da muss ich alles nochmal machen. Hier drüben. Alter, was war denn das für ein Schrott? Ach, komm, lass mal das lieber mit den behinderten Granaten da. Die bringen ja gar nichts. Jetzt reicht's aber da. Nein. Nein. Oh, 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 nicht. Fast hatte ich ihn. Erledigt ihn. Okay. Das wirst du werden. Komm, ey. Was willst du? Ach, na toll. Das reicht's mir aber langsam da. Langsam ist Schluss mit... Wow, langsam ist Schluss mit lustig. Der ist schon da vorne. Wow, nice one. Nice one. Okay. So, her mit der Muni. In Ordnung. Da vorne ist noch wer. Komm, draudig her. Alter, jetzt kaum schon. Wie oft noch? Einmal noch. Na eben. So. So. Oh, da war noch Muni. Die nehm ich gerne. Okay. Lass mich doch einfach in Ruhe. Nein. Na toll. Der kommt jetzt raus. Oh, Mann. Ach Gott. Komm schon. Komm hoch. Na, endlich. Warten. Wow. So, jetzt reicht's aber langsam hier. Wird auch nicht aufgeräumt. Nein, kann's nicht. Die Waffe ist kacke, wirft noch. So. Okay. Moment, da war doch was. Hallo? Dann halt nicht. Zwei Glocken in vollkommenem Einklang. Okay, wo ist die zweite, leicht? Aha. Ja, Desert Kaliber. Okay, und da vorne war was noch? Mehr für die Desert Eagle. Okay, wie soll ich das machen? Vielleicht mit einer Granate? Warte mal. Ich glaube, das hat was gebracht. Ha, ha. Puh, ey, Alter. Ich glaube, ich bin der langsamste Let's Player auf der Welt. Wie lange ich immer meine Sachen brauche hier. Aber ich gebe mir eigentlich schon Mühe. Ich möchte es nur mal gesagt haben. Aber ja. Alles, was wir wissen müssen, steht genau hier. Ist ein Kinderspiel. Wie zum Teufel will er die Statue überhaupt hier rausbekommen? Mit Willenskraft. What the hell? Da sind die auch schon. Oh Mann, die Typen sind überall. Ja, das sage ich auch. Und ich glaube... Oh, wo ist der? Da ist der? Da traue ich nochmal her. So. Wow, ey. Ich weiß nicht, wie ich davon halten soll. Aber ich glaube, langsam wird es mir hier zu bunt. Oh, oh. Okay. Eins. Zwei. So geht das. So. Na, okay. Okay. Komm schon um die Ecke. So. So. Puh. Geben wir mal deine Munition hier. Wow. So. Ich glaube, jetzt habe ich aber langsam genug hier. Mach das nächste Mal weiter. Weil das ist ja nicht normal. Wo kommen die ganzen Leute her? Wirklich? Aber... Wäre sonst kein gescheites Spiel, wenn ich da nur einen oder zwei Leute fertig machen müsste. Also ja. Ich sage mal wieder, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich denke mal wieder. So, jetzt geht es ja. yeah. Wär 평ens. SEZ-